Ich habe euch ja letztens schon die GymGunFit 2.0 von Gymtastic vorgestellt, die übrigens kurz darauf ausverkauft war. Und was soll ich sagen, ich mache in letzter Zeit sehr viel Sport. Die ist einfach perfekt für mich, gerade mit dem Wärmeaufsatz hier, löst sie wirklich alle Verspannungen. Und für alle, die sich dafür interessieren, habe ich jetzt sehr, sehr geile News. Denn Gymtastic hat wieder den Secret Sale. Das heißt, zum allerletzten Mal habt ihr jetzt die Chance, 50% auf alles zu sparen. Auf alles im Shop, auch auf diese Massagepistole hier mit dem Code JULIAN50. Ja, ich würde sagen, schaut euch einfach mal auf der Seite um. Ich packe euch den Link hier unten rein. Könnt ihr einfach draufklicken. Und ja, denkt dran, mit dem Code JULIAN50, 50% Rabatt auf alles. Checkt das unbedingt mal ab. Und ich würde sagen, ich massiere mich jetzt nochmal eine Runde. in der Nacht. Und wir haben alle, dass wir schreiben. Wir fragen. Wir wollen uns klagten Mal Bis zum nächsten Mal.